Musik 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 Der Sofiane Domoran macht im ersten Viertel vor der zweiten Halbzeit ein Goal für Alshvile. Realismal. Kurz vor Spielschluss. Alshvile macht noch ein Goal und gewinnt der Match für sich. Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Jetzt geht es hoch! Ja! 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 Ja!